Oh mein Gott, Leute, ich bin endlich mit einem Pasta. Es tut mir leid. Du wirst es ganz klar. Och Mann, ich war einmal eine Pasta. Hey Leute. Was geht? Daniel hier mit... René und... Claudio. Hello. Sehr schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ja, Kahn ist leider immer noch nicht wieder da. Aber das ist alles überhaupt gar nicht schlimm. Das heißt, einer muss heute die Rolle von ihm als Verräter übernehmen. Oh nein. Du wahrscheinlich. Und das bin ich nicht. Wird mir ganz gut gefallen. Es hat sich nämlich eine richtig schöne Redensart für dieses Spiel etabliert, die da heißt René der Lump. René der Lump? Ja, René der Lump. Das habe ich letztes Mal irgendwie gesagt und ich fand das voll schön. Müssen wir uns jetzt stumm... Ja, jetzt stumm schalten. Gut Leute, ich bin tatsächlich nicht Impostor. Was eigentlich schade ist, weil ich wäre es gerne. So, guck mal, Heisenberg macht nicht die Task. Space macht die Task. Boah, René, hau ab, bitte. Okay, das ist eine Aufgabe, da muss man zu zweit sein, glaube ich. So, der Code wurde deaktiviert. Heisenberg hat das Spiel verlassen, leider, okay. Ich versuche einfach jetzt schnell meine Task fertig zu machen, Freunde, weil ich muss sagen, ich muss euch gestehen, ich spiele Amorcas sehr, sehr gerne privat. Oh, das zum Beispiel kenne ich jetzt nicht, was das ist, ach so, einfach nur gedrückt halten. Danja ist da und Space ist da. Ich muss beide im Auge behalten. Ich hoffe, Danja ist es nicht, weil wenn Danja ist, ist es nicht, dann... Aber wie hat, hat denn Danja oben die Task gemacht? Das verwundert mich gerade. Weil diese Anfangstaste, die muss man eigentlich immer zusammen machen. Also, beziehungsweise, die hat jeder. Boah, René. René. René ist nicht lustig, ne? Geh weg. Du kannst viele Leute, du kannst nichts tun. Ne, 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 wir wären mit den Tasten nicht fertig, ich muss mal rüber zum Office. Space. Oh, Leute, ich bin so, ich bin nicht aufgeregt, aber ich hab halt Angst, umgebracht zu werden, muss ich gestehen. So, und jetzt? Braun ist tatsächlich schon von uns gegangen, der Braune. Aber das war, glaub ich, Heisenberg, oder? Heisenberg ist ja gequittet, oh. Ei, kam raus. Ich bin fertig mit meinen Task, wo sind denn die anderen? Bei Amangas gibt es mittlerweile auch ein Halloween-Update. Hier auf der Map seh ich's jetzt grad nicht, aber es gibt auf dieser Standard-Map, da sind's, glaub ich... Ich vertraue jetzt mal einfach dann, ja? Okay, Dead Body reported. Oh. Okay, wer hat, wer hat reported? Hellgrün hat reported. Hellgrün. Also, ich hab nichts gesehen. Admin. Admin, ich war vorhin noch Admin und ich bin an A, äh, an I vorbeigelaufen und an Space. Also an Gelb. Hey, wieso haben wir jetzt ihn rausgevortet? Hä? Hä? Das ging bei mir grad irgendwie total schnell. Ich hatte gar nicht... Ich hab nicht gewortet. Okay, aber es wurde der Richtige rausgeschlossen. Ah, okay, weil er gequittet ist. Ah, okay. Ach, wir haben zwei Imposter. Ja, ja. Aha. Freunde, was mach ich jetzt? Ich glaube, René oder Danja ist es tatsächlich. Ich glaube, René oder Danja ist es. Ja. Ja? Kurze Frage an euch, René und Danja. Was war eure erste Task? Meine erste Task war das mit diesen Boilern mit den... Also, da musste ich so ein Rad rumschieben. Äh, habt ihr denn oben die Task gemacht? Hattet ihr die auch? Ganz oben. Ich hab die eine an der, ähm, äh, an der Säule gemacht. Ah, okay, gut. Ihr kennt das Spiel also doch. Okay, das war mal die Frage, weil alle haben die, ja? Deshalb... Why me? I was with orange. Also, ich hab zuletzt Space gesehen und jetzt ist I tot. Also, der... Also, ich hab keine Ahnung, wen ich da voten sollte. Hast du nicht? Ja, toll. Er war's. Wer war's? Ja, äh, hellgrün war's. Und er ist gequittet und... Ja. Warum quitten die alle? Was war das? Ja, weil die... Weil die ertappt wurden. Los, noch eine Runde. Let's go. Gegen uns als Unschuldige, da hat man einfach keine Chance. Zehn Leute, es geht los. Und stumm. Ich bin der Imposter mit James. Ich bin der Imposter mit James. Das ist so ein fast... Oh, das ist die normale Map. Boah, ey, wieso bin ich immer Crewmate? Ich bin immer Crewmate. のみに、お前のほ尻のほうが大好きです。 Because I am here to be my 컨帯に行って行きました。 Ja, weil die gerade rausgeflogen sind. Einer hat es erwischt und die anderen beiden sind rausgeflogen. Ich muss... Ja, super. Spooker. Wer wird denn reportet? Der Gelb hat den Portet. Where are they? Imposter, du hast auch reportet. Ja. Also es ist nur noch ein Imposter da, aber gut, wie sollen wir den erfinden? You reported, yes, verstehe ich auch nicht. I was at Medbay. Ich war in den Camps. Ich war links irgendwo. Boah, ich glaube, Gelb ist es. Glaubst du? Ja, ich weiß nicht. Kann er denn reporten, wenn er Imposter ist? Das haben wir uns ja letztens schon... Kann er, er kann reporten. Was? René hat gesagt, du bist es. Er schreibt Schuhe. Vor allem, ich habe ihn getroffen. René! Ah, Eve, danke. No, it's not red. Jetzt wird es spannend. Wenn René mir sagt, es ist nicht, dann glaube ich, René, oder René? Nein. Ich bin es jetzt wirklich nicht. Ich glaube dir das auch. Also man kann... Man kann reporten, auch wenn man Imposter ist, aber man muss halt warten, wurde mir gesagt. Ich vote den Gelben, weil das ist sehr, sehr suspekt, dass er René voten will. Ich sage euch ganz ehrlich, sowas möchte ich nicht haben. Nee. René war es nicht. Oh, Gelb direkt rausgevotet. Ja, sorry. Oh, no! Aber hat er trotzdem verdient gehabt. Wer war es denn sonst? Boah! Claudio! 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 Bei diesem James habe ich mir das schon gedacht, aber Claudio, dass du uns so in den Rücken fällst. Du! Das ist echt eine Enttäuschung. Du hast recht, sagst du recht. Jemand muss ja die Rolle übernehmen. Mhm. Aber ich muss ehrlich gestehen, das ist schade, dass die zwei Leute gequittet sind, sonst wäre es halt spannend. Ja, das stimmt. Oh, und es geht los, Mama Dania. Let's go! Jetzt sag ich schon Mama Dania. I love it. Let's go to the mall. Und der Nächste quittet. Pasule quittet. Und der Nächste quittet. Ich lasse einfach mal die Blätter runter. Dania steht relativ lange da vorne. Also, meine Lieben. Ich mal wieder, ähm. Crewmate? Aus irgendeinem Grund bin ich ja immer Crewmate. Das ist aber, glaube ich, gar nicht weiter schlimm, weil hier auf der Map kenne ich mich ja ganz gut aus mittlerweile. Wie ist Dania so schnell in Electricaly gekommen? Und hier ist auch das Halloween-Update. Oh, 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 okay. Wer war's, meine lieben Freunde? Ich hab reported, ich habe... René ist nicht mehr da. Oh, René hat's erwischt? Uff. Dania, wen hast du reportet? Äh, Black hab ich reportet. Wo hast du ihn gefunden? In Sturridge oder wo? Äh, nee, neben... Wie heißt das? Neben dem Reaktor-Ding. Bist du nach links gelaufen? Ich bin runtergelaufen und dann nach links, ja. Links und dann hoch. Wo warst du denn? Ich war ja mit der Electricaly. Ich hab kurz den Hebel nach oben gedrückt und dann bin ich nach links gegangen. Hm. Dania? Mhm. Ich vertraue dir nicht ganz, musst du ehrlich gestehen. Und da siehst du, da seh ich auch, warum ich dir nicht vertraue. Ich glaube, Dania... Ich bin kein Imposter. Okay, dann mal muten. So, Freunde, ich hab mich jetzt gestummt. Ich bin ziemlich sicher, dass Dania Imposter ist. Jetzt läuft sie auch mit Paluten hinter... Sie geht Medbay. Moment, 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 Moment. Das überprüft wir jetzt. Sie und Paluten sind Medbay gegangen. Schnell in die Camps gucken. Schnell in die Camps gucken. Die müssen ja hier rauskommen, beide. Paluten kommt raus. Dania ist neben mir. Oh nein, 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 oh nein. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Ich lass mir eben noch schnell die Blätter wieder raus. Nicht vorhin. Claudio, wie der immer irgendwo rumsteht, Mann. Du sollst es machen. Schnell gucken. Cap de Ria sind zwei, Cap de Ria sind zwei, Cap de Ria sind zwei, Cap de Ria sind zwei. Einer ist... Wow. Die haben durchgezogen, die zwei. Es war doch braun. Ein Gelber hat ja gesagt, es war braun. Und wir haben nicht drauf gehört. Schade. Ich hätte euch gerne zugeschrien, dass der Pinke auch im Poster ist, aber ging mir leider nicht. Das ist das leider nicht. Jetzt habe ich das Spiel verlassen. Jetzt habe ich das Spiel verlassen. Ich glaube es nicht. Jetzt habe ich das Spiel verlassen. Ist Claudio einfach gequittet? Ich glaube es nicht. Warum auch immer. Da muss Claudio jetzt einfach warten. Da muss Claudio jetzt einfach warten. René, du musst auf dich aufpassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Daniel ist. Das hat mir doch erzählt, ey. Toll. Jetzt kann ich nur hier rumsitzen und warten, bis die fertig sind. Bis jemand von denen ein super Gameplay macht. Mann. Okay. Ich habe nichts gesehen. Gelb hat reportet. Also ich bin es nicht. Ich habe meine Tasks schön gemacht. Ich bin es auch nicht. Ich könnte mir sogar echt vorstellen, dass es rot oder weiß ist. Ja. Oder beide. Ich habe einfach mal für weiß gestimmt, glaube ich. Einfach mal rausgeguckt. Komm, raus mit dem. Super Freunde habe ich. Denen ist es einfach egal, dass ich nicht dabei bin. Nein, Claudio. Aber wenn du einfach aus dem Spiel raushüpfst, du Verrückter. Ja. Ich muss jetzt warten. Ja, die Facecam ging aus und ich musste die neu starten. Und dann bin ich aus dem Spiel rausgegangen. Okay, passiert. Na gut. René, pass lieber auf dich auf. Ich würde dann ja nicht vertrauen. Und umgekehrt genauso. Und schau. Oh, mei. Und. Oh. Okay, dann ist es von zwei Sinnen gebrüht. Es ist dann, es ist dann ja. Oh, okay. Der Gelbe. Der hat ein ganz falsches Spiel gespielt. Ah, ganz übel, ganz übel. Tja, läuft heute wirklich sehr erfolgreich für die Unschuldigen. Oh, Quint, es geht weiter. Jetzt bist du aber wieder drin, oder? Ja, aber ich habe gerade Black Screen. Jetzt. Oh mein Gott, Leute. Ich bin endlich bei dem Monster. Oh mein Gott. Okay, was kann ich denn jetzt hier alles so schönes machen? Ich kann ja anscheinend irgendwie was sabotieren. Oh, da ist jemand gewendet, da ist jemand gewendet. Jemand ist gewendet, jemand ist gewendet, jemand ist gewendet, jemand ist gewendet. Dania ist es. Dania ist es, 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 Dania ist es. Es ist Dania, es ist Dania, es ist Dania, es ist Dania, meine Freunde. Danja, warst du in den Camps? Wo? In den Camps bei Security. Nee. Ich war nicht bei den Camps. Green, wo warst du? Ich glaube, Danja, tatsächlich, du bist es. Ich bin es nie. Ich bin es wirklich nie. Das sagen immer alle. Nein, jetzt wartet ihr mich nicht. Nee, nee, René, wo warst du? Ich war rechts. Wenn man rechts aus der Cafeteria rausgeht, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Danja, was hast du denn davor gemacht, als du in Electrical warst? Was in Electrical? Nein, ich war zuerst bei Electrical kurz, dann war ich bei Storage. Electrical und dann bei Storage. Ja, aber davor, was hast du davor gemacht, als der Alarm losging? Was? Was hast du gemacht, als der Alarm losging? Ja, da bin ich hochgelaufen. Was soll ich machen? Als der Alarm losging? Nee, war eben nicht. Du warst in Electrical drin. Ich bin rübergelaufen. Ja, ich war auch kurz bei Electrical, habe ich doch auch gesagt. Und dann war ich bei Storage, das ist direkt daneben. Danja, für mich bist du es ganz klar. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Du bist es ganz klar. Ich glaube sogar, du bist gewendet von Security Richtung Electrical. Wenn du es nicht bist, dann ist es Paluten. Ja! Och Mann, ich war einmal eine Pasta! Es bleibt noch einer, René, und ich weiß, wer der Nächst ist. Ich war einmal eine Pasta, voll schlecht, ey. Na ja, gut. Nee, egal, ich verbatier euch einfach. Kein Problem. Navigation. Oh, da ist jemand gewendet. Nee, nee. Electrical, ich mache jetzt Electrical Security. Ich gucke, Electrical Security. Shields. So, René kommt hier rein. Und in Storage war noch jemand gerade, wo ist der hin? Oh, hier müsste ich mal die Türen zumachen. Ja, kann man nicht so mal zumachen, ne? Das heißt nichts Gutes. Matt Bay liegt jemand? Electrical ist jemand? Wo sind denn die Leute hin? René? Du hast es was. Ich habe den Call geboten, weil ich einfach nur gucken wollte, was passiert. Ja, aber weißt du, wer der andere Impostor ist? Nee. Wo warst du zuletzt, René? Ich war neben dir, in der Cafeteria. Matt Bay warst aber da vorne. Boah, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer es sein könnte. Ich habe nichts gesehen. Ja, ich glaube tatsächlich, äh... Ja, ich will auch wirklich orange oder wei, ne? Orange oder weiß halt wirklich. Bei Daniel lag ich auf jeden Fall richtig. Ja, aber jetzt ist jetzt die Frage, wen nehmen wir davon? Nee, nee, ich habe keinen Genote. Ich habe geskippt. Ich wollte einfach nur schauen, wer lebt noch, weil... Ja, das... Weil die Tasks werden wir nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen, über die Tasks zu gewinnen. Wir müssen den Mörder leider finden. So, ich muss mich leider wieder stumm. Ja, Freunde. Wir werden es leider nicht über die Tasks schaffen, deswegen... Weil, schaut mal, ich kann gerne probieren, meine Tasks fertig zu machen. Die anderen Leute machen ihre Tasks nicht. Ich kann jetzt gerne Download machen. Das Problem ist halt bei Download... Es dauert halt. So, das macht kurz den Code bei U2 aus. Ah, jetzt habt ihr auch noch gewonnen. Daniel, wer war es? Weiß oder? Orange. Ah ja, es war orange. Ich wusste es. Weißt du auch warum? Weil entweder er oder du seid von Security in Electric... Äh, äh, gewandet. Ich weiß nicht, ob du es warst oder ob er es war. Und deshalb wart beide... Ja, du warst das. Ich wusste es. Weil du warst auch drin und du standest auch da und sagst, hä, Danja, kann das nicht sein? Ich hab dir einfach vertraut. Ja, es ist ein bisschen blöd gewesen. Ja. Eine Runde noch, würde ich sagen. Okay. Okay, es kann losgehen. Danja, bist du bereit? Ja, ja. Gehen los. Und stumm, meine Freunde. Ich hoffe, du bist so echt mit dem Poster. Weil ich mag... Oh Mann, Crewmate. Ich mag es nicht so als Crewmate. Schaut mal jetzt, verlassen wieder zwei Leute, Minimum, das Game. Ich mach mal einen riskanten Move und geh mal Navigation. Eigentlich ist... Siehst du, der erste Leaf oder die erste? Eigentlich ist es nicht gut, äh, zur Navigation zu gehen, weil... Hier ist man abgeschottet von der Crew und kann man sehr, sehr schnell umgebracht werden. Lea geht da rein. Ich schau mal oben links, ob die Task gleich nach oben geht, ob Lea fertig ist. Lea hat ihre Task gemacht. Jeff macht seine Task nicht. Oh, 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 er kommt mir hinterher. Jeff tust nicht, Jeff. Okay, wir gucken mal, ob Jeff seine Task macht. Ob die Leiste oben links hoch geht. Die Leiste geht jetzt hoch. Jeff hat seine Task gemacht. Perfekt. Jeff, kann ich jetzt vertrauen? Jeff ist hier. Claudio ist hier. Okay. René kommt da rausgelaufen. T ist da okay. Da ist nichts passiert. Ich hab nur Aufgabe beim Reaktor, aber ich vertraue René nicht. Ich vertraue René nicht. Obwohl jetzt, jetzt gehe ich, nee, Mama, also Daniel ist auch nicht da hochgegangen. Ich vertraue denen nicht. Ich schaue nochmal in die Cam rein. Wendet René gerade? Matt Bay? Okay. Okay. Oh, krass, drei Leute. Nee, nee, zwei Leute sind ja gequittet und einer ist, glaube ich. Ach, zwei Leute sind gequittet, okay. René, wo warst du zuletzt? Äh, Cafeteria ungefähr und dann so ein bisschen links. Okay. Und ihr? Also habt ihr irgendwas gesehen? Ich war Admin. Nee, ich hab nichts gesehen tatsächlich. Also, ich überlege gerade, ich bin eigentlich fast allen entgegengekommen. Äh, hast du denn die Task bei Admin gemacht, René? Äh, nee, ich hab jetzt noch keine Task gemacht. Gar keine Task gemacht? Äh, nee. Warum? Äh, mir wurde jetzt nichts angezeigt. Du hast keine Task gemacht? Ja, ist doch egal. Äh, wir können, glaube ich, skippen. Weil da hat er einfach einen Assis gehabt, dass ihn jemand verfolgt. Klar, klar, wir können skippen, aber Danja, René hat keine Task gemacht. Wie jetzt, du hast keine Task gemacht? Er hat, er hat gerade... Ich muss doch nur die Tasken machen, die mir angezeigt werden, oder? Ja. Ja, aber welche... Ach, wurde dir nichts bei Admin angezeigt? Nö. Ja, das ist eine Lüge, weil die Kartenswipe-Aufgabe müssen alle machen, René. Nein, das stimmt nicht. Doch, doch, das stimmt. Nein. Doch, das stimmt, Danja, das stimmt. Nein, das müssen wir alle ja eine Karte swipen. Doch, müssen alle. Wenn die Kartenswipe-Aufgabe drin ist, müssen alle bei Admin die Karte swipen. Hundertprozentig. Okay, der war es auf jeden Fall schon mal nicht. René ist es, meine Freunde. Es ist René. Meine Freunde, es ist René. Es ist René. Es ist hundertprozentig René. Danja, vertrau mir bitte. Jeder muss die Karte swipen. Es ist René. Es ist René. Junge. Ja. Du kannst mir glauben, wenn ich das wäre, dann würdet ihr das direkt erkennen, weil ich nicht gut lügen kann. Aber ist okay, mach ruhig. Wenn du das meinst. Purple. Nee, Claudius ist es nicht. Es ist rot. Es ist rot. Man muss die Karte swipen. Es tut mir so leid, dass es mich tut. Und Danja, er hat gesagt, er hat keine Taz gemacht. Ja, es ist natürlich... You met Sass. Ja, ich bin Sass. Och, René, warum schießt du denn gegen mich? Es ist doch gemeint. Wenn du die ganze Zeit hier so gegen mich schießt, das macht dich schon ziemlich verdächtig, oder? Das ist so doof, ne? Weil es sind noch zwei Imposter drin. Das heißt, wenn wir jetzt in den Fall stehen raus... Och, das ist so dämlich, Leute. Das ist halt... Ja, gut. Das ist halt wirklich dämlich, ne? Jetzt bin ich raus und... Rot ist es. Ich weiß, dass es rot ist. Man muss die Task machen. Okay, naja, gut. Dann gehe ich jetzt erstmal hier runter. Es ist rot. Er sagt, er hat keine Tasks gemacht. Plus... Plus, er läuft nur rum und... Mach nicht mal den Karten-Scribe. Das ist so doof. Oh, ne, verfolgen. Marene? Oh, da war ich ja wirklich Imposter. Ja, ich hab das gesagt, Daniel. Du hättest mir vertrauen müssen. Ja, ich hab doch auch gevoutet für René. Ich hab für René gevoutet. Okay, Leute. Das war's heute mit Imposter bei uns. Ich war heute endlich mal der Imposter-Wahnsinn. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt noch ein paar Runzen auf dem Kanal von René und Claudio. Das ist Zock mit mir. Link in der Infobox. Check das unbedingt mal ab. Ganz genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.